Ich finde dich. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache zu rufen. Ich werde dich den Hunden vorwerfen. Na los, Fluteschutz! Für die Wache! Du wirst im Flussland! So. Äh. Ich dachte, hier wären schon längst alle tot. Aber nee. Immer noch nicht. Da geht's wieder runter. Ich will erstmal rauf. Hilfe! Ruhe! Kriecht der drum? Schlaf! Du auch. Äh. So. Humanste Art und Weise. Endlich. Seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? Ja. So wie letztes Mal. Verstanden? Langsam. Und nur auf meinen Kommando den Stromstoß aktivieren. Verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du's? Dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Okay. Wie du willst. Dann fangen wir mal an. Oh, das war gut. Das hab ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendeltons sind hier nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen. In Tausende gestohlen. Hört gut an. Erzähl mehr. Du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendeltons war mehrere hunderttausend wert. Hab ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener. Wir sind fertig. Nicht ganz. Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache! Jetzt lass mich frei! Ich hätte gern... Äh, wüsste ich wie die Kombination. Was zum... Wer bist du? Was willst du? Genau. Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 8-7-9. 8-7-9. Alles, was du findest. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. Hm. 8-7-9. Danke! Komm, einen noch zum Abschluss. Sollen wir ihn einbrezeln? Ha, 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 ha. Du magst das doch so, Kollege. Komm her. Komm her. Komm her. Bitte, mein Herz macht das nicht mehr mit. Frag mich, was du willst. Ja, ich habe die Pendeltons betrogen. Und ich war bei den Brimsels. Sie verehren den Outsider. Ich hab's gesehen und selbst mitgemacht. Ja, was heißt das? Bei den Brimsels? Du siehst aber nicht mehr so fit aus. Weißt du, ich kann ja nur einen vertragen. Ich speichere mal lieber. Speichern. So. Okay, zack. Natürlich. Das ist schlecht. Okay, dann lachen wir wieder. Wir lassen es mal leben. Ja, ich weiß doch. Hm. Na ja. Kollege. Na, schlaf schön. Er lebt doch noch, oder? Ja, er zappelt noch vor sich hin. Gut. Goldene Zimmer will ich hoch. Natürlich. Da oben geht's doch hoch. Mann, oh Meter. Die sind schon alle am pennen. Wunderbar. Hier rum. Nö. Ich trinke mal einen. Besser ist dat. Mach mal auf hier. Haben wir hier. Haben wir hier noch irgendwas? Klar. Kohle wert. Wunderbar. Hep. Was hier? Baconia. Eppelchen. Warum ist diese komische Musik? Ich will erst die Treppe hoch. Wir sind genau richtig gekommen da, ne? Haben wir extrem Glück gehabt, dass wir direkt der Puffmutti vor die Rübe gehüpft sind. Schlüssel abnehmen. Ich hab ihn gesehen. Ich weiß nicht. So eine Art Maske, sagte er. Konnte er nicht so gut erkennen. Sag, was er wollte. Er hat nur kein... Okay, okay, okay. Verstecken. Ich bin noch versteckt. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen. Gibt's denn das? Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Der Affen. Schön für dich. Er wackelt noch mit seinem Köpfchen still vor sich hin und her. Okay. Dann gehen wir erstmal jetzt die Etagen nach oben. Da müssen wir aber aufpassen. Ich weiß nicht. So eine Art Maske, sagte er. Konnte er nicht so gut erkennen. Hat er gesagt, was er wollte? Er hat wohl kein einziges Wort gesagt. Aber er huschte rum wie der leibhaftige Outsider. Vielleicht hat ihn die Seuche verrückt gemacht. Er kämpfte nicht wie ein Infizierter. Er hatte Disziplin. Glaub mir. Nimm ihm die Maske ab. Glaubst du, ich habe Angst? Zitterst wie ein kleines Mädchen. Geh und spring von der Colvinbrücke. Nein, nein, nein. Genau. Wo denn? Ach, der hat noch gelebt. Ach, ist denn das? Ja, ist Berufsrisiko. Wie ich so nennen. So, nochmal. Opie schläft. Macht Haya. Hat genug von seinen schönen Stromstößen. Weiter geht's. So. Danke. Ach, dem Dautz seine Männer haben schon gekillt. Die Schattenmänner. Die sind doch auf meiner Seite. Tut mir leid. Ich will dich nur ein bisschen würgen. Hilfe. Wenn du hier rubschreist. Wirst du natürlich leider. Tut mir leid. Aber. Ging nicht anders. So. Hier waren noch mehr Wachen. Die kamen irgendwo her. Aber woher? Geben hier noch was Wertvolles? Muss auch ein Aschenbecher. Da gibt's noch zu essen. Sehr schön. Da ist der Nächste. Haya machen. So. Her damit. Nehme ich auch mit. 897. Tresor. Genau. Hier schöne Musik. Was bist du für'n Vogel. Schlafen. Ziel eliminiert. Dann trink mir ein. Auf dein Wohl. Danke. Den einen haben wir schon mal. 18 Meter nach unten. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ich weiß. Ich krieg' ich noch. Ich finde dich schon. Zu den Waffen. Feuer. Stirb, du Spinner. So. Ruhe ist. Hübsches Männchen. Lalalalalalalala. Lalalala. Mach ich immer. Nachdem ich die Leute niedergemetzelt hab. Ich will Pücher. Das war ne Runde. Meiermännchen rum. Hahaha. So. Ich hab' nur gelacht. Der andere kann die da jetzt 18 Meter weiter unten. Ich will draufhüpfen, jo. Keiner. Ist keiner da. Muss er gucken. Bei den Augen des Outsiders, mich schaudert. Ich will stecken. Na schön ruhig. Schön ruhig. Schön ruhig. Hintereinander. Nehm' ich hier die ersten. Beide, beide, beide. Move, 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 move. Zweiten Mann. So. Auch wieder Haier. Hier laufen aber eine unheimliche Vielzahl von Typen rum. Hier gibt's was zu futtern. Wampe vollhauen. Immer gut. Ham, ham, ham. Aber an für sich, würde ich sagen, ist das auch mein Stichwort. Was ist das denn hier? Die müssen jetzt auch schreien. Ich hätte ja keinen Kopf. Und nur, äh, das ist ja eklig wieder. So. Ich würde sagen, zum Abschluss hübschen wir eine Runde im Bett rum. Tralala. Das so hier. So. Unser Raum. Wir genießen die Aussicht. Und verabschieden es uns hier mal. Müssen wir wieder Feierabend machen. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte jede Menge Spaß. Das Spiel ist affengeil. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr wieder im Angebot ist, holtet euch. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Habe die Erde. Tschüss.